Hii What do you want? Ahhhh Ui Sorry, ich kann nicht so schnell lesen Mal gucken, wer es diesmal steuert Moin Ah, was ein netter Typ, Alter Chappi de chick chick wak wak Chappi de chicka chicka changa Wieso liegt denn ne Gondel? Chappi de gewisse Ehm, das war leicht knapp, vielleicht was wir sagen Aber, ich spiel Ich spiel Habt ihr gesagt die Pulse sind nicht gut für dich? Wenn die Wurde Paul idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk? Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up nine months of your life caring them. You traumatize yourself giving birth to them and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... Wir gehen alle verrückt. Niemand Kind, der andersherum schlägt, ist einfach nicht ernsthaft. Das nennt man choice-supportive Bias. Ich bin ernsthaft. Callum wirklich schlägt meine Gears. Und er schläft mir alles. Alles! Das ist aber nicht der Mutter des Monats. Das nen Award kriegst du dann aber nicht mehr. Oh, eine Achterbahn. Vielleicht solltest du es doch lieber einfach nicht tun. Das sieht nicht so sicher aus. Wie alles in diesem komischen, verschissenen Park. Wieso kriege ich in meinem Stream-Manager rein eine Nachricht, dass jemand anders online ist? Manchmal ist es komisch. Up's and down's. Hi. 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 What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has it now. Has both of you. No happy ending here I'm afraid. Just, just leave me alone. Fool. Will you always were. Will you always were? Ahm. Ui. Ui. Sorry, ich kann nicht so schnell lesen Und ganz ehrlich, so gruselig ist es auch nicht Oh die nonne Haben wir grad keine Kelle mit Baffaren Ah, waten, waten Pfosten, alter Er hat auch keinen Bock mehr auf seinen eigenen Park Daschenlampe? Wozu braucht er denn daschenlampe? Die Exe wartet Oh, ist Schlachterzeit? Ich sprach für einen Freund Vielleicht warst du selber so frosten Demand er, wirklich, zu wissen, wo er die Marken hat Aber er will mir nicht antworten Something hat ihn geflogen Er hat ihn geflogen Er hat ihn geflogen Er hat auch geflogen Etwas Sinister lurks in der Dunkelheit hinter seinen Augen Ich sehe ihn auf mich auf wunderschönen Momenten In der Nacht Er schreit und schreit und schreit words Ich kann nicht verstehen Wenn ich ihn soehe Er schreit und schreit auf meine Finger Ich denke, er möchte mit mir sprechen Ich denke, er möchte mit mir erzählen Ich denke, er möchte mit mir erzählen Aber sie sehen ihn Jeden minuten jeden Tag Sie schreit auf ihn In seinem Schlaf Er verändern ihn Sie schreit auf ihn Sie schreiten mein Baby von mir Ich kann ihn nicht schreiten Und es wird Angst Aber ich liebe ihn Und im Endeffekt Er wird verstehen, warum Ähm, ja, ne Gehen zurück Du wirst doch nicht hier interagieren Erklär mir das aber Das wäre mal gut zu wissen Guten Tag So, jetzt aber Ähm Ich wollte gerade zeigen Ich wünschte, dieses Spiel wäre mal ein bisschen gruseliger Kannst ja gar nicht über die Leiche stampfen Wie ist der Chat? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie ist der Furry? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? No offense Hurra Wenn ich heute bitte Wird er raus Mr. Chipmunk Ah, Pillen These are mine Fear the Boogeyman What the hell Was ist denn jetzt los? Wie bescheuert ist die auch? Er findet ihr innen im Grundstuf Weiter packen Dosen mit Pillen Und nimmt die einfach Wie dumm musst du in deinem Hirn sein Dass du so ne Scheiße machst Turn around Turn around Don't touch me Don't touch me Lach nicht so erst nicht Muss ja nicht sein Muss ja nicht sein Nicht wahr? Oh Mr. Meatlawn ist weg Oh Ken, no! Oh Ken, no! Das ist eine Wunderschöne Beeinträchtige Die 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 you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned five dollars. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in a weathered watchful eyes. I think Cal was waiting for me inside. Probably some dumb shit from the oreo, because you need a taschen lamp or something. It's something that's typical horror game, that's really true. Stromreich nur war zu teuer. In diesen Zeiten kann man sich das nicht unbedingt leisten. Erledigt! Der Atlantik-Eispark hat seine Tore geschlossen. Als wir das schwere Folgen geschlossen anbrachten, versammelt sich eine johlende Menge vor den Toren. Entstinkte Narren, die fürchteten, was sie nicht verstehen. Eine Maschine mögen schweigen, aber ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe meine Frau mir in so einer Posten zurückgeschickt und mich hinterher. Frau zurück in das Haus, der Schrecken muss nachdenken. Ich spiele das Spiel erst mal zu Ende. Aber ich weiß nicht, dann gehe ich glaube ich erst mal pennen. Vielleicht stimm ich morgen. Nee, Alter! Ha! Energie! 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 Leute, ich ziehe dir so einen Scheiß jetzt durch. Ich habe, ich kann mir das ja nicht, ich kann mir nicht so oft erlauben, dass diese Scheiße einfach, ich muss das durchziehen auch mal irgendwann, ne? Ansonsten bringt das alles nichts. Das Gute ist, sobald du die Kamera nicht mehr angewählt hast, schaltet sich auch das Mikrofon aus. Oh, man, das Game ist nicht schrecklich, Mann. So gruselig war das jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, warum kann ich nicht mehr. Das ist ja krass. Ich soll das darstellen, Alter. Oh, die Engine. Oh, das ist ein schöner Jumpscan. Nicht scary, wie gesagt. Verdammte Scheiße. Eben ist geil. Danke. Danke. Mhm. Glaube ich der. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will mir Sorgen machen. 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 Ey, so tief wie wir hier sind, wir könnten bald Kohle finden. Oder Eier. Wow, Pilz. Take it to Atlantic Ice Park. Heribert, Heribert. Oh. Wie tragisch. Ich bin nicht in der Mandalen-Verfassung, das vorzulesen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr pennen sollen, letzte Nacht. Das ist wirklich nicht so gut, ne? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Du musst den PT-Pfaden verbrechen. Du musst den PT-Pfaden verbrechen. Stop! Ich bin eine schreckliche Mutter. Wo ist er? Junge, was ist hier bitteschön passiert? Der Klemme, das war. Oh. Der Ofen brennt. Die sind von jedem Durchgang abgefuckt. Der ist genau wie PT. Das ist ein bisschen zu ruhig. Ja. Oh. Okay. Das ist ein bisschen. The child goes missing in an Atlantic Island Park. He wanders lost for a time, Before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, The mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am. Aren't I? Oh, das ist ja nicht so gut. Mach die Scheiße. Boah, ich warte auf dem Jumpscare, ich bin total müde, ich muss wach werden. Pinsel und Kratel. Aua, meine Füße. Oh, was ist hier los? Was ist hier zum Fick los? Das sieht sehr, sehr lebend aus. Muss das sein? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh! Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. Is it really? In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. I have no idea. Can we do that again? I don't know how it is going. It's really weird, dude. I know I'm in a whiteёнk, dude. Big Mons 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 Bis zum nächsten Mal.